Also, Zukunft hat mich schon immer fasziniert. Ich war als Kind ja auch ein riesen Science-Fiction-Fan. Ich komme ja ursprünglich aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Kennt das jemand hier, Amorbach? Und da waren zum Beispiel Reisen in die Zukunft nie ein großes Problem. Wir sind einfach 40 Kilometer nach Aschaffen durchgefahren.